Hallo zusammen, mit diesem Video kann ich endlich auch die Bombe offiziell platzen lassen, meine persönliche zumindest. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt, in dem ich ein eigenes Buch geschrieben habe mit dem Titel Meine Superhelden gegen Corona, ein Vierteljahr aus dem Leben eines Redakteurs. Die letzten Monate waren anstrengend, war viel Arbeit und ich glaube meine Frau macht auch drei Kreuze, dass das jetzt endlich durchgestanden ist. Jetzt muss ich das Buch halt promoten und er hilft mir, wenn er das Video zum Beispiel teilt, wenn er auf meine Internetseite kommt oder im Idealfall natürlich, wenn er das Buch kauft. Verbreitet die Botschaft, der Timo hat ein Buch geschrieben, ich würde mich freuen, über jeden einzelnen natürlich und ich danke vor allem meiner Frau für die viele Geduld, die sie aufbringen musste, also es war wahrscheinlich nicht immer so leicht mit mir und natürlich meiner Tochter, die Inspiration und Triebfeder dieses ganzen Werks war. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen, auf eure Meinungen und dann hören wir uns bald wieder. Ich danke euch, ciao!